ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist donnerstag der 6. april mein name ist kardus martin sie hören uns live aus dem traderslub trading und wir bereiten uns auf unserem morgen nicht dax trade vor und wir haben hier eine big number eine 15.500 die platzieren wir das heißt wir würden bei 15 507 long gehen zielmarke ab den zweiten trade wäre hier oben der ddp wo der licht bei 15.549 und dann sehen wir auch schon dass wir hier heute unterhalb des ddp wo studieren und guck mal wohin der markt möchte das gap die markteröffnung liegt bei 39 und die erste falle wie gesagt wird dort platziert und dann gehen wir auf die vola boxen einmal und schauen uns die vola box an wo kommt sie rein 15.506 zu 07 das heißt wir haben ein big number trade auch bei den vola boxen bei dem niveau also bleibt spannend die aber erst ab 9 uhr und dann melde ich mich gleich mal so wir wechseln den plan wir sind ja flexibel und wir haben eine box 24,8 eine blue box und gehen dort rein mal gucken ob das wieder eine ist die verschwindet 15.530 gehen wir long zu 15.500 05 gehen wir short eine 24,8 box und das bedeutet wir brauchen auch 24 respektive 25 punkte minimum 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 an bewegung um 8 uhr 54 wir sind long im ersten trade blue box kurz über den daily pivot da müssen wir also rüber über 55 gucken wir mal wie sich es heute morgen verhält mit der vola grüne box kommt gleich rein ab 9 uhr und für alle gäste die ihr habt die möglichkeit gleich in den starter raum einzusteigen da ist christoph christian auf wartet auf euch da könnt ihr also in fragen stellen david guten morgen während gute morgen noch fünf minuten bis zum start und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 29 Sekunden 14 Sekunden 4, 3, 2 und los geht's! Unten haben wir die Vodabox, auf der linken Seite 15 Sekunden 5, 3 und los geht's! 6, 4, 3 und los geht's! so der trade ist in den gewinn gelaufen es ist 9 uhr 19 blubox oben ausgebrochen aus dem kanal und damit ist das unser eröffnungs trade gewesen und ich verabschiede mich bei den youtube land auf ein schönes osterfest wir haben uns wieder am dienstag